Menschliche Attribute sind höher als alles angestrebte Wissen. Welche sind das? Welche menschlichen Attribute meine ich? Ich bin ja so ein Vertreter, wer mich so ein bisschen näher mitbekommt, ein Vertreter des Menschlichen. Mir geht es ja immer wieder in diesen zentralen Thematiken um das Menschsein. Wie sollte es auch anders sein? Das ist ja häufig so. Unser Menschsein spielt ja die tragende Rolle in unserem Leben, weil wir selber Menschen sind. Und wenn ich so sage, menschliche Attribute, die höher sind als alles angestrebte Wissen oder vorhandene Wissen oder vorhandene Technik oder das, was wir eben bauen können, das, was wir an Straßen konstruieren können, und all das Materielle, das wir geschaffen haben, das ist ja eben die Gegenwelt dazu, oder das ist die Welt, in der wir uns bewegen, um da zu sagen, die menschlichen Attribute, die sind ja nicht von dieser Art, sie sind ja eben nicht ein Wissen oder das Materielle an sich oder sonst etwas, sondern bleiben menschliche Attribute. Und das ist mir wichtig, immer wieder zu unterstreichen. Was ist das? Was sind diese menschlichen Attribute? Ein menschliches, wichtiges Attribut ist, nicht zu unterwerfen. Andere Menschen zu unterwerfen in etwas, in einem Konzept oder in der Macht dessen, die du ausüben willst über diesen Menschen, indem du ihn oder sie unterwirfst. Und das tun wir sehr häufig. Das tun wir, wenn wir Mediziner sind, das tun wir also im guten Sinne, also durchaus im gut gemeinten Sinn, das ist gar keine böse Absicht oft. Und gerade der gut gemeinte Sinn unterwirft sehr. Das tun wir als Psychotherapeuten, das tun wir als Seelsorger, als spirituelle Begleiter, als Yogis, als Gurus, egal, als Lehrer, die wir sind. Und wir versuchen immer wieder zu unterwerfen. Und ein menschliches Attribut ist eben vor allem nicht zu unterwerfen. Sondern ein Vertrauen zu schaffen, eine Gemeinsamkeit, ein Miteinander zu fördern. Eines Wir sind, sitzen alle wirklich buchstäblich im gleichen Boot. Ein menschliches Attribut ist auch nicht unterweisen, also ständig belehren und sagen, wo es lang geht, was möglich ist, was man noch wissen könnte und all das. Sondern eben sich dessen bewusst zu sein, dass die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit nichts mit Unterweisung zu tun hat. Wir können zwar lehren, wir können irgendein Dharma verbreiten, eine Lehre von etwas. Gott weiß wie und dann ist es aber eben nicht die Unterweisung im menschlichen Sinne, sondern der menschliche Sinn ist eben etwas anderes. Natürlich ist es auch nicht das Überfordern. Und wir überfordern uns selbst oft. Und wir gehen an die Grenzen der Überforderung. Mit uns selbst und bei anderen Menschen. Oder eben dieses schon angesprochene Nicht-Besser-Wissen. Ich weiß es besser als du und deswegen möchte ich dir jetzt sagen, Pünktchen, Pünktchen. Also in der Negation haben wir jetzt ein paar Sachen festgestellt, zu sagen, es ist eben nicht das Unterwerfen, nicht das Unterweisen, nicht das Überfordern und nicht das Besserwissen. Also was ist es dann? Was ist das Sondern? Was sind also diese wirklichen menschlichen Attribute? Das Mitfühlen, das Mitgefühl, das Einfühlen, die Empathie, das sich aufeinander einschwingen. Ich bin da, ich bemerke ganz viel irgendwo in dieser Begegnung und da bemerke ich mich, da bemerke ich den anderen, die anderen Menschen. Da ist ein Mitgefühl. Und das ist zunächst mal gar nicht deklarierbar, sondern nur Fühlbeachtung. Das ist immer wieder so wesentlich, dieses Gefühl zuzulassen. Und wir sind ganz schnell weg von den Gefühlen und sagen, ich muss mich doch mitteilen, ich muss doch was sagen, ich muss doch Stellung nehmen, wir müssen jetzt laufen und all das. Nein, es ist das Mitgefühl einfach. Nur die Präsenz, es ist ja eine Präsenz, es ist ein Innehalten oft. Es ist ein Innehalten vor allen Dingen von den Konzepten, die wir im Kopf haben oder den Absichten, die wir im Kopf haben. Vor allem den Absichten, nur mit Gefühl zu sein. So, wir sind jetzt irgendwie zusammen. So, da ist eine Grundfreundlichkeit, die wir haben. Wir sind uns freundlich gesonnen. Ich muss mich nicht wehren gegen den jetzt oder ich muss mich nicht durchsetzen. Und ich muss den nicht unterwerfen oder ich muss nicht hier mein Rangabzeichen gleich zeigen, wo der dann anfängt zu grüßen oder sowas, wenn wir es militärisch sehen. Oder ich sage, ich bin hier der abgehobene Guru. So, ja, guckt mal, woher kommt die Arroganz per se oder sowas. Das ist kein Mitgefühl. Sondern das Mitgefühl ist dieses Einschwingen, dieses tatsächlich Wagnis auch immer wieder zu spüren, das Miteinander. Und das ist oft in der Stille wesentlich besser als mit Worten garniert. Und das ist vielleicht eine körperliche Berührung auch in dem Sinne, körperlich. Das ist ja Großverhalten auch. Dieses Einfühlungsvermögen, das ich nicht oft genug unterstreichen kann. Dieses Mitgefühl, das der Dalai Lama immer wieder predigt und andere, die es wirklich auch verstanden haben. Und das sind viele spirituelle weise Menschen, muss man schon sagen. Fühlen überhaupt, Spürbewusstsein, das nehme ich auch gerne diesen Ausdruck, als das Rudimentäre an sich. Nichts weiter als fühlen, was jetzt gerade da stattfindet. Nicht in dem Sinne, ich muss jetzt, ich sollte oder müssen in eine bestimmte Richtung eingehen. Sondern es geht nur um die Wahrnehmung dessen, was unmittelbar menschlich passiert. Jetzt gerade in diesem Mitgefühl. Bemerken, zuhören. Bemerken können wir wahnsinnig viel. Und wir können, es hört niemals auf, etwas zu bemerken, zu durchdringen, zuzuhören. Das ist immer wieder die entscheidende Grundlage. Deswegen komme ich in zahlreichen Audios immer wieder darauf. Alles Gute im Gefühl wollen. Also in dem Sinne, in der Absicht, in dem Absichtsvollen und der Absicht, die wir haben. Und wir haben Absichten, da machen wir uns nichts vor. Ein absichtsloses Leben gibt es überhaupt nicht. Sondern einfach nur die Absicht zu überleben zum Beispiel. Absicht bla bla oder die Absicht aufrecht zu gehen oder was. Alles dummes Geschwätz so oft. Also insofern in der Absicht, das Gute geschehen zu lassen, aber jetzt nicht zu wollen oder durchzusetzen. Das ist dann auch wieder sehr fehlerhaft. Sondern das Gute in deinem Gefühl, des Bemerkens und des Mitfühlens zu entdecken. Wir sind Wesen, die sich da gerade begegnen. Und insofern ist das gut. Nichts weiter. Keine Unterwerfung für das Gute. Also was ist in der Menschheit passiert, wo man was Gutes den Leuten überbraten würde? Stichwort Kommunismus, Sozialismus. Und es ist vollkommen die Hose gegangen. Und das bei Religionen sowieso. Immer wieder auch. Das ist es nicht. Sondern es ist die Gütigkeit und das Gute an sich durch die Begegnung. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist die Unmittelbarkeit der Begegnung und des sich Einlassens auf die Begegnung. Mit dir selbst, alleine oder eben mit anderen Menschen. Und da entsteht etwas natürlicherweise Gutes. Und diese Güte ist etwas anderes als die proklamierte oder deklarierte und der unterwerfende Güte und all das. Ein Berühren damit. Bis hin zum intimsten Intimen, wenn es sein darf oder ist. Das kann alles geschehen. In dieser Menschlichkeit. In diesen menschlichen Attributen. Freundlichkeit, die immer wieder zünden kann. Freundlichkeit, die du durch diese Güte empfindest, automatisch, um es nochmal zu sagen. Natürlicherweise in der Begegnung. Freundlicherweise. Und die zündet etwas. Freundlichkeit zündet andere Möglichkeiten. Zündet eben nicht den Widerstand. Zündet nicht das Aggressive. Zündet nicht die Unterwerfung, Unterdrückung, das Erschießen und all diese Schrecklichkeiten, die die Menschheit im Laufe ihrer Zeit entwickelt hat. Es ist also ein Miteinander. Jetzt sind wir zusammen. Wir sind zusammen. Temporär begrenzt in den meisten Fällen. Also für eine gewisse Zeit. Für diesen Anlass, für diese Begegnung. Mit der Zuversicht und der Hoffnung. Ich habe gerade vorhin ein Audio gemacht über die Zuversicht und die Hoffnung, die wir vermitteln. Die Zuversicht und die Hoffnung. Die Zuversicht der Begegnung und die Hoffnung in dem Sinne. Und eben sich und den anderen Menschen etwas Gutes zu wünschen. Und damit eben diese Art von Segen. Ich nehme gerne diesen Begriff zu haben. Und zu sagen, so, das mag so sein. Es ist sehr schön, so dir begegnet zu sein. Ich bin dankbar dafür. Und das begegnet mir glücklicherweise jeden Tag. Wenn ich jetzt gleich rausgehe und dann andere Menschen treffe, zufällig oder nicht zufällig, ist egal, entsteht immer wieder dieses, ja, so. So, da sind wir zusammen. Es ist schön. Ich bin dankbar dafür, dass es so passiert. Ich bin dankbar. Und letztendlich ist das nichts weiter als eine Atmosphäre zuzulassen, die ja natürlicherweise im Begegnungspotenzial von uns Menschen entsteht. Die Atmosphäre, die durch die Begegnung besteht. Es ist schön an sich, ohne dass wir eigentlich etwas dazu tun oder draufsetzen müssen oder unterwerfen oder widerstreben und all das. Eine Atmosphäre, die dadurch letztendlich trägt und immer wieder das Rudimentäre für unsere Begegnungswelt ist, in der wir leben. Und das ist nichts weiter als eine Begegnungswelt, die stattfindet. Denn seit Urknall an ist alles auseinandergeflogen, wenn man es so ganz profan sagt. Und es will sich immer wieder zusammenfügen. Es will immer wieder zusammenkommen. Das ist ja das, was der Anlass von Existenz ist. Sie will wieder zu dem Einen werden. Und insofern sind menschliche Attribute höher und zwar wesentlich höher. Und sie haben vielleicht noch einen anderen Begriff verdient als nur höher. Als alles Angestrebte wissen, wollen, können, unterwerfen, widerstreben und was wir sonst noch sagen können. Und tatsächlich eben in dieser Art, in dieser aufgezählten Art, wenn du dich mal damit beschäftigst, die menschlichen Attribute, die wir nicht festnageln können, sondern, um es nochmal auch zu sagen, es tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole, es ist eigentlich nur das Begegnungspotenzial an sich, das es ausmacht und das alles in sich trägt. Und dann, wenn du dich mal damit beschäftigst,